Ich höre immer sehr viel von Menschen, die sagen, sie würden gern meditieren und sie haben in der Meditation schöne Erfahrungen gemacht oder sie merken, wenn ich meditiere, es geht mir auch im Alltag besser und ich kann besser mit mir umgehen oder ich kann besser Grenzen setzen, auch mal Nein sagen oder vor allen Dingen in der Kraft, Mitte und Stille zu sein. Aber sie sagen auch gleichzeitig, ich komme immer irgendwie nicht dazu und ja, ich habe ehrlich gesagt auch mal keine Lust und dann ist dies dazwischen und das ist wichtiger. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die gerne jeden Tag meditieren würden und auch wissen, dass wenn sie es jeden Tag machen, erst dann ist es ein Meditationsweg. Wenn man es mal macht, ist es kein Weg, sondern ein Ausprobieren von etwas, ans Tor klopfen. Wie komme ich da hin oder wo ist das Problem? Das Problem ist die Nachhaltigkeit der Erfahrung. Punkt. Ich möchte euch erst mal drei Beispiele geben, die das Problem ein bisschen illustrieren. Der erste Fall ist, ich meditiere, setze mich hin morgens und es denkt und es macht und es tut und ich komme irgendwie nicht rein und dann konzentriere ich mich ein bisschen und es ist auch ein bisschen anstrengend und dann ist da eine Stille und das ist sehr freudvoll und ich bin entspannt und Lächeln ist da. Dann macht das Ping und die Runde ist zu Ende und das war eine schöne Meditation. Fall 1. Fall 2 ist, ich sitze auf dem Sofa mit meinem Lebenspartner zum Beispiel und gucke einen tollen Film und es ist eine romantische Situation und es ist ein großer Wald und es ist ein Überflug oder dramatische Musik und Sonnenuntergang und liefes Paar, was auch immer. Und ich bin auch entspannt und es ist auch ein schönes Gefühl. Das System ist sehr ähnlich. Also man könnte sagen, ja, also bei diesem Film war so ein Moment der Weite und berührt halt. Drittes Beispiel, ich sitze im Wald, Sonne, Holzbank, ich bin 20 Minuten spazieren gegangen, die Vögel singen, leichter Sommerwind und ich fühle mich wirklich verbunden und denke, boah, tut das gut hier mal so zu sitzen, wie schön und es ist das gleiche Gefühl. Und im subjektiven Wahrnehmen ist das sehr, sehr ähnlich. Nur der Unterschied ist, dass ich jetzt denke, oh, das und Walter habe ich mich einfach hingesetzt, war toll und der Film, der ist ja auf mich zugekommen, aber bei der Meditation, da musste ich ja was machen und das war anstrengend. Und unser Ego sagt, nur da habe ich keinen Bock drauf. Und so verbuchen wir diesen Teil, obwohl er uns eine Tiefe gebracht hat, eine Berührung, als auch gleichzeitig anstrengend und das andere jetzt nicht. Nur der Haken ist, das Problem für uns Menschen ist ja nicht, dass wir kein Glück empfinden, sondern es ist die Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit von Freude, die Nachhaltigkeit, die Unbedingtheit, die Ewigkeit von Glückseligkeit, von Freude, von tiefer Güte. Es ist ja nicht so, dass wir keine Liebe kennen. Der Punkt ist nur, unser Leben ist nicht Liebe, häufig, sondern viele, viele andere Dinge. Und so ist es so, dass dieser Moment mit dem Film und wir sitzen da und plötzlich macht der Nachbar irgendeinen Scheiß und die Sicherung fliegt raus. Puff, dunkel ist es. Und man ärgert sich und es ist weg. Es ist innerhalb von einer Sekunde weg. Und wir erkennen, das ist von außen bedingt. Es ist nicht unser Leben, es ist kein Weg. Und im Wald, da sitze ich dann, das ist auch ganz schön und plötzlich Gewitter und denke, oh Gott, oh Gott, ich habe nur Sommerklamotten an und bis ich da bin, völlig nass und ich habe die Zeit verpennt und ich habe jetzt ein Problem. Auch da ist es so, das hält ein bisschen länger an. Der Sinn der Meditation ist also nicht, dass ich irgendwo sitze und ein Glücksgefühl habe und oh, und dann laufe ich ein bisschen rum und dann gucke ich auch, sondern es ist ja eine Einsicht, das ist eine tiefe Erkenntnis. Wer bin ich wirklich? Bin ich dieser ganze Wahnsinn und das ganze Irre und das Verstrickte und das Laute und das Lärmende und das Leidvolle, das in mir ist oder im Anderen und was ich anderen zufüge und mir andere? Ist das das Leben? Ist das die Essenz? Das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass der Weg der Zen-Meditation nicht ist, dass ich ganz kurzfristig irgendeine Erfahrung mache oder einen Glückskeks aufmache und so, ho, super, sondern es ist erst mal Wahrhaftigkeit. Es ist erst mal zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und aus diesem entsteht eine Veränderung. Das ist eine Veränderung von mir. Es ist eine Veränderung von Leben und es ist eine Veränderung von Welt in Richtung Wahrhaftigkeit. Nur, wie komme ich da hin? Das kann ich jetzt ja alles so hören und mir denkt so, ja, der Hinderk hat ja recht und so und trotzdem sind wir wieder an dem gleichen Punkt. Das heißt auf gut Deutsch, es nützt nichts, wenn ich das verstehe, sondern ihr müsst es erfahren. Und deshalb möchte ich euch eine Idee geben. Und ich nehme jetzt einfach mal die Meditation, so wie ihr sie kennt oder wie ihr sie lernen könnt hier und ihr nehmt nur einen Zusatz. Ihr macht Folgendes. Ihr übt zehn Minuten Yoga, wenn ihr das könnt. oder aber zehn Minuten Shigong oder zehn Minuten irgendeinen Sport, den ihr kennt. Dann setzt ihr euch 25 Minuten an das Senden, solange es still ist. Und dann nehmt ihr noch mal diesen Sport, am besten Yoga-Asana, und nehmt jetzt diese Meditation in das Asana rein. Dann werdet ihr feststellen, dass erst mal dieses Yoga-Asana völlig anders ist als das im ersten. Und das macht ihr so lange, bis ihr merkt, dass sich das erste Yoga plötzlich auch so verändert. Dass ihr nämlich euch, meinetwegen morgens hinsetzt, zehn Minuten Asana mal merkt und auf einmal sind die genauso wie die Asanas nach der Meditation. Und in dem Moment könnt ihr die Asanas nach der Meditation weglassen. Weil in dem Moment, wie das passiert, dass ihr schon in eine Körperbewegung kommt, es geht auch eine Karate-Kata dazu, und ihr seid schon in der Kata, meinetwegen von Taekwondo oder Aikido, genau auch in dem meditativen Zustand, dann beginnt die Meditation in den Körper hinein zu fließen, und sie wird eine Körperwirklichkeit. Und wenn Meditation eine Körperwirklichkeit wird, dann hört dieser Zweifel des Ichs, was anstrengend ist, auf. Und so ist ja auch Sport. Wer hat denn Lust, jeden Tag Sport zu machen? Viele. Und zwar genau diejenigen, die so viel Sport gemacht haben, dass der Körper eine Erinnerung an Sport als ein Flow hat. Und auf einmal will ich jeden Tag laufen oder jeden Tag dies und das machen. Das heißt, man braucht so einen gewissen, man muss eine gewisse Grenze überschreiten. Und das ist ein Trick sozusagen, 10 Minuten Asana, 25 Minuten Sassen, 10 Minuten Asana. So lange, bis ihr in diesem ersten Teil die Meditation spürt. Wenn das dann wiederum eine Weile stattfindet, spürt ihr diese Meditation irgendwann auch um 13.14 Uhr nach dem Mittagessen. Oder um 16 Uhr nach einem langen Kaffee, wo ihr denkt, oh, ich glaube, ich möchte gerne mal lieber in den Wald. Es ist einfach da. Und das ist der Sinn. Der Sinn ist, dass ihr selber als Wesen zum Wesen werdet. Aber das ist nicht nur Geist. Meditation ist nicht so ein geistiger Zustand, da bin ich mal so und dann ist das ganz hübsch. Sondern Geist ist alles. Siddha Matra. Alles ist reiner Geist. Auch euer Körper ist reiner Geist. Die ganze Erde ist reiner Geist. Das ganze Universum ist reiner Geist. Und wenn ihr diese Wirklichkeit habt, dann ist alles Meditation. Aber das Fundament ist immer, auch wenn ich alter Meister bin, Sassen, Sitzen in Kraft und Stille. Hai. Eingeh. Untertitelung des ZDF, 2020